Die besten Rucksäcke für die Schule. Unser Bergen vs. Wardo. Unser Wardo eignet sich mit seinen 12 Litern Volumen perfekt für die Uni, Schule oder Arbeit. Und das Besondere hier dran ist, dass du die Reißverschlüsse komplett aufmachen kannst. Hinten hast du Platz für einen Ordner, einen Block oder ein Buch. Er hat ein 14 Zoll gepolstertes Laptopfach, andernfalls kannst du dir aber auch dein Tablet reinmachen und hinten ganz easy ein Laptop-Case. Zudem passt noch deine Wasserflasche und ein Federmäppchen rein und du hast hinten noch ein kleines Fach mit einem Reißverschluss für Kleinigkeiten. Vorne passt dann wiederum ein Notizbuch, dein Portemonnaie und eine schmale Brotdose rein. Unser Bergen hat ein Volumen von 11 Liter und hier passen zum Beispiel Schnellhefter und ein Buch rein. Er hat ein 15 Zoll gepolstertes Laptopfach, andernfalls kannst du dir aber auch dein Tablet reinmachen und du hast immer noch genügend Platz für ein Laptop-Case. Zudem passt hier noch ein Notizbuch, ein Block, ein Federmäppchen und eine Brotdose rein. Einmal umgedreht hast du auch hier ein Fach für Kleinigkeiten. Vorne passt zum Beispiel dein Portemonnaie rein und du hast zwei Außenfächer für eine Trinkflasche. Und wie eignet sich nun besser für die Schule? Schreib es gerne mal in die Kommentare.